Weil ich gerade ein Mikro angeschlossen habe, ein kleiner Test mit dem Helm Synthesizer, der ja so ein bisschen vernachlässigt ist und immer so ein bisschen belächelt wird. Ich habe jetzt mal so ein Init Patch, mache ich nochmal, dann hört der sich so an. Nichts besonders so doll, aber macht man mal erstmal so ein bisschen Reverb dazu. Klingt das schon mal so ein bisschen besser, dann machen wir hier dann diesen zweiten Oszillator weg. Damit wir nicht so viel auf die Tasten drücken, machen wir den Arb dazu. Und noch eine Step Sequencer. Und den Step Sequencer. Damit gehen wir immer so ein Oktav hoch. Nicht so viel. Irgendwie habe ich da jetzt was ganz komisches gemacht. Erst nochmal weglöschen. Das ist mir gerade ein bisschen so spooky. einfach nur ein Stückchen hoch. Da macht er mir jetzt nicht. Was soll das denn? So, genau so. Das ist doch schon mal schön. Machen wir noch einen Delay dazu. So, nicht mit 16, sondern 4. Dann machen wir noch einen Sub dazu. So, wo war es Sinus. Und ich halte jetzt einfach noch drei, beziehungsweise vier Tasten ab und zu fest. Jetzt kann ich natürlich noch mit dem Filter rumspielen. so schnell so ziemlich hoch. So. 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 Und das kann ich hier auch nochmal mit dem LFO, der allerdings langsamer läuft, auch nochmal modulieren. Vielleicht jetzt nicht ganz so krass. Oh, vielleicht. Einen größeren Reverb dazu machen. Dann noch ein bisschen Noise reindrehen. Ja, so ein bisschen Tsch-Tsch. Nicht ganz so viel. Bisschen Distortion noch. Mal ein Soft-Dip-Hard-Grip. Mal zurückdrehen. So ein bisschen schnarrender Hör-Sound. Und ich hab noch nicht mal mein Schlagzeug dabei. Wenn noch ein paar Voices bei den, wo wir uns mit reinbringen müssen. Die Unison war ein bisschen weniger, weniger Drive, Distortion. Und jetzt Unison ein bisschen rein beim Huzzle. Also ein bisschen den Glide, also den, wie er von einer Note zur nächsten gesprungen wird, ändern. Ich kann mal ein bisschen ein neues wieder ausnehmen. Jetzt ein bisschen klarer. Distortion noch weiter rausnehmen. Die Unison Voices auch rausnehmen. Rotamento wieder raus. Den Supers auch wieder ein bisschen raus. Den Supers können wir zum Beispiel wieder auf diese Square nehmen. Waffeln wir den so ein bisschen. Dann kriegt der so einen im Hintergrund. Dann muss man Kopfhörer aufhaben. So und jetzt drehen wir wieder ein bisschen was rein. Ein bisschen viel. Liede kleinen Änderungen verändern sich auf der Sound so ein bisschen. Ich drücke nur zwei Akkorde die ganze Zeit mit einem Apache-Hater hier oben. Fast alles ist Standardeinstellung. Dann kann ich das Portamento wieder ein bisschen hochdrehen. Wenn ich will, kann ich jetzt noch diese Welle von, oder die Sägezahn, von der Sägezahn modulieren lassen. Nun sollte man vielleicht lieber eine gespiegelt sein... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das war's schon.